Ein Haus aufsuchen. Das ist mein Haus. Jetzt nicht mehr. Wir haben eine Vergangenheit hier. Vier Generationen. Ein halbes Jahrhundert schämt man sich für seine Herkunft. Plötzlich soll man sie wieder hinaus posaunen. Was für eine Welt. Jugoslawien war ein angesehenes europäisches Land. Wofür zum Teufel brauchst du Jugoslawien? Was hat dir das genützt? Mama redet darüber, dass früher alles besser war. Wir hatten nicht viel, aber wir fühlten uns sicher. Was irgendwie merkwürdig ist, dass ich aber in der Gegenseite nicht abgeschlachtet habe. Kroatien wird der Macht werden müssen. Das Haus wird uns gehören. Dreckens一起 mit den Ende. Bismлейch. Für eine Welt zu leben. Aha! Untertitelung des ZDF, 2020